So, guten Morgen und einen schönen Mittwoch. Wochenteile, endlich. So, ich muss erstmal auf die Sache von Holzi eingehen, den Gebietskartenaufdecker und wir brauchen 50 Hühner. Denn wir hatten ja den Gordo entdeckt, der da oben sitzt. Ich glaube ein Jäger war das. Dann wollen wir mal los. Ich habe, wie versprochen, vorbereitet. Wir stehen überall Maschinen. Ja, kann ich auch alle ernten. Aber wir schwingen uns jetzt erstmal da hinten rüber, holen uns den Gebietsaufdecker in der Höhle. Falls ich mich überhaupt wieder richtig bewege. Tue ich nicht. Wir müssen Ich glaube hier durch. Alles so richtig. Nein, wir brauchen den Teleporter. Boah, diese Wege. Wir müssen den Teleporter hinten bei uns benutzen. So wird ein Schuh draus. Damit wir die Was ist das hier? Ne. Das war mit dem Teleporter zu den Brücken. Genau. Und Dann machen wir das eben. Ja. Und dann gucken wir mal. Ach ja, ich hatte mir auch aufgeschrieben, welche Platz wir brauchten. Sag mal, Zettelchen. Komm mal her. Rad, Kristall, Miets und Knall. Rad, Kristall und Miets. Die könnten wir eigentlich schon mitnehmen, oder? Ich war hier schon wieder los. Liegen die wieder alle daneben? Da kann ja schon unmöglich wieder voll sein. Die Absaugung funktioniert nicht richtig. Nein, wir machen erst mal den Das ist durch den Garten, genau. Morgens ist das immer alles ein bisschen verwirrend. So, hopp. Genau, hier müssen wir, glaube ich, durch. Loin. Yeah, das ist richtig. Glaube ich zumindest. Nicht in den Hintern beißen. Nicht in den Hintern beißen. Wird geschafft. Ohne Biss ins Gesäß. Genau, hier geht's lang. Moosbett hieß das, ne? Yo. Der anderen Seite. Errungenschaft. Boink, boink, boink. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Andis Tipp mit dem Links. Habe ich nicht mehr vergessen. Das würde ich mich hier immer noch alle nahelang verrennen. Boah, welche können wir mal mitnehmen. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch richtig im Köppel. Was, da haben wir noch? Was ist dauer? Und, tschüss. So. Guten Tag. Hallöchen. Boobbeliwupp. Der saß doch hier irgendwo oben. Ich weiß aber nicht, ob wir hier jetzt richtig sind. Ah, hier geht richtig was ab. Mit meinem Glück laufe ich wieder falsch. Ah, ich glaube, ich bin schon wieder falsch. Merk. Wo sind die Gauner? Frisch gewaschen, halb gewonnen. Kann man einfach hier drüber stiefeln? Haben wir ausprobiert. Jo, geht. Okay, also wir sind wieder völlig falsch, ne? Kommt jetzt der Teleporter. Dann wären wir zu Hause. Wo war denn das? Was ist das verwirrend hier mit dem Hin und Her? Vor, zurück. Ah, die... Die haben es alle voll auf mich abgesehen hier. Die ganze Nacht auf. Juhu, das erste Mal, okay. Da verlattern heute aber Errungenschaften rein. Es gibt immerhin ein paar Münzen jedes Mal. Ne, hier haben wir nur unsere Klammler zu stehen. Äh... Äh... Äh, tschüss, Mietz. Tö. Wie sie erwarten. Genau, hier ist ein Schlüssel. Das ist... Ich bin gar nicht so falsch. Ja, habe ich selbst vernichtet. Hm. Da kamen wir runter. Okay, also... Nochmal kurz hier durch. Ansonsten... Da waren doch irgendwo die Jägerlis. Au, 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 au. Wenn wir da drüben waren wir doch jetzt schon zweimal. Einmal noch. Dann schnappen wir uns jetzt die Plurz. Gucken mal, ob wir da... Was waren nach die alten Ruin oder so? Ob wir da irgendwie vorankommen? Hier ist nix. Doch, nicht. Witten können, das war hier. Den wird ihn jetzt echt aus der Hand gefressen? Schlumpf, du. Geht's hier noch weiter? Aber hier waren wir vorhin. Was ist denn da hinten? Geh mal weg, Guckel. Ich bringe jetzt da rüber. Wir schützen ab oder wir schaffen es. Huh. Und wir sind richtig. Oh. Hatten vorhin nur den falschen Weg eingeschlagen. Okay, jetzt muss ich nur den Dicken finden. Der saß hier irgendwo rum. Und die haben voll auf mich abgesehen, ey. Geht weg. Baden. Da oben sitzt er doch. Wie komme ich jetzt da am besten hoch? Haut bloß ab. Hier ist ein Steinkreis. Komm, hör. Ein Stück geht da. Nee, kommst du nicht hoch? Den da will ich. Haut ab. Alter. Den Quatsch. Die haben es voll auf mich abgesehen. Ey. Nee, 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 nee. Die 50 Kühnchen will ich jetzt erst mal nicht verlieren. Kühnchen sind die einzige Ressource, die ja echt schwer zu generieren ist. Na komm. Hoch aggressiv, die Böschchen. Wie komme ich da jetzt bequem hoch? Hoch da. So einfach kommst du da echt nicht hoch, ne? Mit dem Minzmango? Hier. Oh ja, der ist ganz lieb. Gut, fressen die. Hoch tut Fleisch, naja. Müsst ihr da irgendwie hochkommen? Das gibt's doch nicht. Ich hab ne Idee. Klappt weiß ich auch nicht. Ich werd's versuchen. Versuch mich da hoch zu mogeln, da hoch zu mogeln und dann hoch zu dem Gordo. Dump. Oh! Dank. Okay. Ja. Kurze Unterbrechung, Karotten weg Verzieh dich Was? Wie viel braucht der denn? 50 Hühner waren nicht ausreichend Das Hühnchen weg Brauche ich neue Hühnchen Weil ein paar in dem vorbei geflattert sind Komm, ist doch nicht euer Ernst jetzt Die Bahn Zieh dich Im Ernst jetzt Hallo Keine Hühnchen Oh no Kommt ein paar Hühnchen Boop Ja, okay, Boop Wo bin ich jetzt gekommen? Hoffentlich reichen die jetzt Und auf die Ausdauer achten Oh, das ist ein ganz schöner Akne Okay Okay Ab durch die Mitte Wo ich wieder in den Hintern gebissen werde Hoch, hoch, hoch Nein Ich kann auch von hier aus den Flug versuchen Boah Junge, jetzt friss Na endlich Wo sind die kleinen Ich hab nur einen davon gekriegt Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg Oh, oh, oh Olli Oh, oh Oh ja Oh ja, das war eine Hexerwabe Hat der jetzt auf den Schlüssel zurückgelassen? Oh, Panik, Panik, Panik Ja, hat er Ach, die Pferse sind mir jetzt echt egal Ja Und eine Hexerwabe Das ist unglaublich Nur noch überleben Und nicht wieder K.O. gehen Welches soll man hier? Gar nichts Gut, Ausdauer ist voll Zieht Leine Cool So, noch überlegen Wofür wir den Schlüssel benutzen wollen Oh, ich hab fünf Jägers Reine Jäger Super cool Einwärts Hop, 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 hop Jupp Beeindruckend eigentlich Wie viel man so in knapp 20 Minuten immer schafft Letztes Mal überrascht Hexerwabe Hexerwabe Das ist so genial Ich hab hier ungewaschenen Bürschchen Alles wieder sauber Alles wieder cool Hop Nur noch Einwärts Dann überlegen Äh, warte mal Ja, genau Herrlich 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 Jupp Blub, 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 blub Uhu Geilomat Ah, für die Burschen hab ich auch noch Komm, die packen wir ins Labor Oha 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 Jetzt war mal wieder lang unterwegs Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ja, ja, ja Sechs euch Hexerwabe Da, da, da Oh Ah, da Ja, die können wir jetzt Den können wir jetzt Den grauen Teleporter Wisst ihr, wo wir den aufstellen? Da, wo wir die ganzen Slimes brauchen Die, die Plurz Ich hab'n gebaut Und die hier Und die hier Und die hier Und die hier Wer die Baumeister Jo Packen uns die hier hin Ach du heiliger Wimba Die sammeln das auch wieder nicht auf Das find ich echt persönlich sehr nervig Ne, die packen wir unten rein Die in der Höhle sind meine Lager-Slimes Oh Hier unten So Er kommt da nicht raus Kommst da nicht raus Nein, nein Schatzkacka Knacker MK2 Haben wir auch gerade So Vielleicht müssen wir ein bisschen aufräumen wieder Einen Fütterautomat kann ich vernünftig füttern Warum auch immer Aber steht der schon auf kleine Stufe Ja Naja, halb so wild Für euch auch so schlimm Dürft ihr nicht, ne? Ich bitte euch recht selten So Dann kaufen wir uns eben den Schatzknacker Jo 9000 Ah, pille palle Und damit So Port Kramer Okay Wir haben gesagt Wir brauchen Radkristall Radkristall, Mietz und Knall Das ist halt, ich glaube Ein Nietz Einen davon Ein Rad, ein Knall Oh ja Die machen wir mal ganz ab Und dann sind wir fürs nächste Mal direkt vorbereitet So Ups Die Knall sollten wir aber vor Ort kriegen Es geht mir um den hier Ne? Die Knall sollten wir vor Ort kriegen Wenn ich mich nicht ganz täusche Ich weiß nämlich nicht, ob wir ein Fels da drüben haben Aber Rad muss mit Ach, hör auf damit Und die hier Und die hier Die Kristallus Die machen wir auch noch eben voll Ja Dann liefern wir 49 ab Und dann sind wir fürs nächste Mal direkt gepackt Den Den Sondern privaten Teleporter Haben wir auch schon eingepackt So Beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao Ciao